und da sind wir wieder bei einer neuen folge von gta 5 wie ihr seht ich bin wieder in der wüste weil ich bin letzt mal aufgehört habe zu spielen und ja als ich dann wieder angefangen habe ja gerade da bin ich wieder in der wüste gelandet obwohl ich ja eigentlich in die wohnung unseres kurs muss also nicht uns ist krass sondern vom kurs so na ja haben wir zumindest ein bisschen zeit ja sorry dingo oder was auch immer du hast so und ähnlich wie bei personen und wie ich es auch in die man machen werde ist das eine vorausaufnahme weil die videos sich sonst mit der e3 überschneiden also meine aufnahmezeiten weil ich will ja während der e3 ja ob ich bin ich falsch gefahren ich will während der e3 videos zur e3 machen da wäre es halt schlecht wenn ich dann am selben tag eben noch aufnehmen muss würde mich in stress bringen na ja freut ihr euch überhaupt schon auf die e3 also ich schon was hätte ich denn da wenn ihr dieses video seht dann ist normal schon e3 zeit also könnt ihr euch nicht mehr darauf freuen weil es ja schon soweit ist so ich weiß gar nicht mehr warum wir zu unseren also nicht zu musikerset sondern zu unserer neuen wohnung in los santos müssen lasst mich überlegen bei ihnen ja der auftrag von den michel gesprochen hat die große banküberfall mal schauen aber ich bräuchte noch immer ein heli für franklin wäre schon genial so jetzt sind wir gleich da meteorite meteorite ist ja schon fast ähnlich wie metroid ich hoffe dass wirklich eins angekündigt wird fünf jahre ist ja seit ok es ist länge her metroid prime 3 erschienen anfang der wii zeiten ein anderes metroid hat es bis jetzt nicht geben gegeben und ja hat metroid adm zähle ich nicht dazu das blödsinn was sie da gemacht haben so da ist irgendetwas ok schon müssen wir es das haben so Das stimmt, Bob. Noch ein Tag, und ich bin ein Reaktioner Mann. Korn und Potei-chips. Korn und Potei-chips. Was in der Hölle? Help! Somebody, ich bin in der Hölle. Ich kann es nicht mehr Gas. Geh mich aus hier. Use das Bulldozer, um die Pfeil zu drehen. Und hurry, bitte. Steig ein Gas in hier. ja ich mache schon was so groß hat es dann auch nicht gemacht er kriegt eine belohnung ja hey krieg ich eine belohnung oder nicht sind das für eine scheiße ja dann ja zumindest sind wir jetzt da jetzt sind wir da wo wir sein sollten also wo wir das letzte mal aufgehört haben ich habe gehört, dass diese Konferenzen sind normalerweise ein kleines Fakfest. Kann ich in? Ich möchte, dass du jetzt weg bist! Oh, ja, ein sehr ernstes Corporate Gangbanging geht, richtig? Ja, mit jedem Executive und Direktor der Kommunikation, von hier zu Bangalore, mit dem Namen von Team Training, richtig? Ich meine, das ist das, was Floyd sagte mir vorhin, als er mir auf meine Penis war. Ich möchte, dass du jetzt weg bist! Schau, das ist alles, was ich habe, okay? Ich hatte eine schwierige Ausbildung. Mein Vater war nicht so nett mit mir, okay? Schau, Debra, ich liebe dich und ich liebe dich auch, Floyd. Warum können wir nicht alle zusammen sein, huh? Du kannst aufs Wochenende durchs Wochenende, du kannst aufs Wochenende, okay? Ich weiß, dass das nicht normal ist, aber in dieser verrückte, verrückte Welt ist normal so gut, huh? Schau, Debra! Floyd! Willst du mich heiratet? Schau, Debra! Und du gehst auch, Floyd! Ich habe dir gesagt, ich habe eine Karriere! Ich brauche das... 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 Sie w caern... Micheal... L Schweiz... Das... Hei Lester Yeary, Trevor just called about the ehm... The big one the, the UD... You know anything? Ja, ich hab ihm gesagt, wir können ihn. Du steigst? Natürlich, ich steig. Schau, ich werde meine Forschung zusammenfassen und dich an Trevor´s treffen. Er hat den Vanilla Unicorn-Gentlemen´s Club genommen. Alles klar. Message Franklin. Jetzt ist... ...Trevor total durchgedreht. Erst zwei Unschuldige getötet. Und dann Strip-Club übernommen. Wahrscheinlich auch nicht auf die ganz sanfte Tour. Da ist jetzt etwas für Trevor. Naja, sonst nichts wirklich. Ja komm dann. Gehen wir gleich mal hin. Jetzt muss ich nochmal hin. Guck. Sör. ja ja davon ist es ja schon kann man hier rein muss man okay dann muss man ins strip club gehen das hat er sich natürlich hier nicht stehen vorher kennen die mich okay wait hat seinen spaß kann ich mit den reden ich bin falsch gegangen hier hat er ist trotzdem ein ausgang oder eingang ihr habt ihn bevor ihr fragt ist der früge ist das ist gut ich habe genug für deine hospitalität ich habe meine Wegbewerbe ich habe meine Wegbewerbe ja ich bin fertig mit dieser verrückten okay ich möchte mit Merriweather sicher dass die Agenzie nicht zurück nach uns und dann machen wir eine letzte große und dann kannst du zurück mit deinem Familie ich werde nur hier leben ich werde diesen guten Geschäfts und zeigen Menschen ein guter Zeit. Buss, Brad, aus der Kirche, und dann, you know, happy. So, wie kommt ihr bei diesem Ort? Ich hatte es für Jahre. So, ihr müsst wissen Leon, der alten Manager. Leon? Nein. Ja, egal, Mann. So, was geht hier? Was geht hier ist das große. A lange, lange Zeit, in einem weit entfernen Ort, da waren drei Leute. Michael, Trevor und Lester. Und Brad? Ja, natürlich. Brad war da auch. Ich meine, da waren andere Leute, auch. Also, wir, äh... 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 Ja, das ist mit Leon passiert. Okay, dann gehen wir zum Flugplatz. Twenty percent of that's a lot of coin for sitting on your fat ass. Is it too much to ask for a little respect? Just a little? Cause I respect you, Trevor. Strangely, I do. I can see... T.L. We're going up to the front of the bank. Oh, well, I can think of a few uses for you, you chubby little ball of fun. I want your help. All twenty percent of two hundred... Two hundred million of it. Actually, man, I've got another job I want your help with after this. Yeah, right. Whatever. No, seriously, a big job. Payment up front. What is it? Yeah, I don't know why I didn't think of it before. I want to bring you in on the ground floor this time. That's not a joke about disabled access. I didn't think it was, but now I do. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. Okay, I'm gonna stop you there, T. Some things are just better left alone. Brad's not a tank. He's part of the crew. Well, a cruise more than a sum of its parts, and he was a pretty shit part. He is a pretty shit part, and that's only because he's in jail. No, he was, is shit, because... Ach, ja, egal. Fangen wir noch zum Flugplatz? And stupid, with respect. He's changed, all right? He writes now, e-mails. He's educated himself inside, and he'll be a valuable partner. Let's make it at least ask people, have I got it? We're here. Only one security guard. Looks like a normal consumer bank up here. We're going down to the back entrance, see where the gold comes out. Why don't you talk to Michael about it? I will. But I gotta talk to you too. You're planning this. Talk to Michael. Okay. Then come back to me. Fine. Shit. I was gonna pay you, man, when there ain't an obvious profit in something. You're a hard guy to motivate. Just went 13.30. We got two hours before we need to be at Murrieta Heights. Ja, weiß nicht, was Trevor dann sagen wird, wenn er erfährt, dass Michael, ah, Michael, dass dieser Brett nicht mehr am Leben ist. Dass die ganzen Briefe eben von dieser Agency kommen. Ein Hubschrauber, versteht ihr? Jetzt haben wir ein Hubschrauber. Moment. Ähm. Unser Zeit ist abgelaufen, also wir werden das jetzt durchs Blicken, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt gleich den Überfall machen oder nicht. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt euch klar. Bis zum nächsten Mal.